Moment. Aaaaaah! Captain! Alles gut! Mir geht's gut! Das ist das Schiff. Das ist hier nicht das Schiff. Wo sind wir? Aaaaaah! Irgendwas ist schief gegangen. Wir sollten nach einem Weg zurück finden. Na suchen. Wenn ihr auf dem Boden stand, Viktoria wird versuchen, zu gehen zu euch. Okay, das ist Viktoria. Jetzt, nehme ich mein Lied. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von VVV. VVV. Also, sie wird mir folgen. Folge mir, ich werde dir helfen. Versprichst du mir, du wirst mich nicht allein lassen? Ich verspreche es dir. Keine Angst. What are you waiting for? When you're not standing on floor, Viktoria will stop and wait for you. Ah, wenn ich nichts mache, dann würde sie auf mich. Ah, ne, wenn ich hier oben an der Decke klebe, dann macht sie nichts. You can continue to the next room until she is safely across. Don't get ahead of yourself. Jetzt. Was cool. Jetzt. Jetzt. Oh Gott. Very good. Yay, Checkpoint. Geht ihr da unten gut, Doktor? Ich will nach Hause. Ach, wo sind wir? Wir sind überhaupt hierher gekommen. Also, Violet hat gesagt, blablabla, bliblablub und Teleporter und all das. Ich schätze mal, irgendwas ist falsch gegangen. Aber wenn wir einen neuen Teleporter finden, dann sollten wir auf jeden Fall zum Schiff wieder kommen. Ach komm, mit zwei nicht. Jetzt ist alles gut. Must I do everything for you? Ach. Jetzt check ich's. Ich muss so gehen. Oh. Okay, jetzt check ich's noch mehr. Ja. Ah, kacke. Ha. Moment, komm erstmal hier hin. Oh, sie stirbt er. Oh Gott, Viktoria, alles gut. Ich werd dich hier rausholen. Jetzt. Okay. Bleib da stehen. Jetzt. Nein. Du spust. Ach, du musst ganz durchkommen, Viktoria. Oh, sag mir nicht, ich muss da zweimal durch mit ihr. Nein. Hm. Jetzt. Sie kommt da gar nicht durch. Ach so. Okay. Jetzt. Sie kommt da gar nicht durch. Jetzt verstehst du auch mal. Na, okay. Dann darf ich das nicht machen. Das ist echt nicht einfach, ne? Hm. Jetzt. Okay. Was ist, wenn ich hier mach? Das ist echt nicht einfach, ne? Okay. Viktoria, folge mir. Folge mir. Bleib da. Nein. Nein. Ach komm, das ist echt nicht einfach, man. Das ist doch gemein, sowas. Sowas kann man nicht machen. Okay, dann muss ich durchraschen. Ja. Warte. Jetzt. Damit sie mich nicht folgt. Damit sie mir nicht folgt, meine ich. Ich kann nicht reden. Ich bin dumm. Oh, wir haben es geschafft. Now stay close to me. Käpt'n, Käpt'n, wart auf mich. Bitte, lass mich nicht allein. Lass mich nicht, äh, du darfst nicht... Bitte lass mich nicht allein. Ich will doch nichts böses tun. Ich hab Angst. Ach, keine Sorge, Viktoria. Ich... Ich schaue nach dir... Ach, keine Sorge, Viktoria. Ich... Hooker. Ich pass auf dich auf. Alles gut. But not too close. Ah. Now stay close to me, but not too close. Okay. Oh, das funktioniert nicht. Wo ist sie? Hier ist sie. Alles klar. Äh. Du musst schon. Du weißt schon, dass du hier... Kann sie das nicht? Jetzt. Oh Gott, pass auf. Jetzt. Nice. Don't be afraid. Hab keine Angst. Uh. Nein! Ach, jetzt muss ich das Ganze nach... Ach. Ist ja blöd. Also hier muss ich schnell rennen. Und hier nur langsam. Langsam, langsam, langsam. Pass auf, pass auf. Okay, gut. Do as I say. Do as I say. Wir werden hier niemals rauskommen, oder? Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mal, wo wir überhaupt immer hingehen. Warte, was hat denn die Karte? Oh, kein Signal. Alles klar. Not as I do. Also do as I say, but not as I do. Oh Gott, was ist das denn hier jetzt? Was? Was? Bitte was? Wie soll das denn funktionieren? Ach Gott. Hö! Jetzt. Ach sie, aber sie konnte nicht nach. Geht da verstehst du überhaupt nicht. Wie soll ich das denn machen? Oder soll ich vielleicht so machen? Nee, es wuchs ihnen auch nicht, oder? Warte, vielleicht muss ich mich beeilen? So machen? Ach, come on. Ach. Bin ich blöd. Ah, ich hätte lang gehen müssen. Und dann... Woher war das? Das geht gar nicht. Und jetzt? Ach so. Okay, das ist echt mega schwer. Oder vielleicht mache ich es auch falsch. Jetzt. Und was mache ich jetzt? Ja, jetzt ist sie durch. Aber was ist mit mir? Okay. Okay, jetzt keinen Fehler machen. Das war echt nicht einfach. Come on. Yes. Mind your head. Wir werden hier für immer verloren sein. Ach, komm schon. Das ist nicht so schlimm. Ich habe ein Gefühl, dass wir schon fast zu Hause sind. Das... Das kann nicht mehr so lange dauern, bis wir bei den nächsten Teleporter sind. Ich hoffe, du hast recht, Captain. Doch, das wird schon gehen. Dude, try to keep up. Was? Zum Teufel? Was soll das? Was ist das hier? Was? Was? Jetzt. Nö, okay. Absolut keine Ahnung. Und vielleicht kann ich da oben stehen bleiben? Ah, da kann man stehen bleiben. Komm. Nein! Ich habe selber den Fehler gemacht. Nicht sie. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ach, als ob die da noch getroffen wird. Dieser Pixel-Perfect-Sheet. Come on. Sie folgt mir aber auch nicht richtig, habe ich das Gefühl. Okay, so. Nein! Ich... Ah, ich war zu schnell. Hm... Ach, shit. Okay, das ist echt... Das ist echt schwer hier. Hm. Kannst du nicht näher kommen? Okay, das verstehe ich nicht, wie man das machen soll. Das ist mir echt zu schwer. Ach, da bin ich jetzt gestorben. Okay. Hm. Ach, sie ist da gestorben. Ach, Mist, man! Ah, es ist weit. Und vielleicht soll ich es auch nicht so machen, wie ich es... Jetzt mache, sondern vielleicht so, wie ich es vorher gemacht habe. Wenn das... Guck mal, da bin ich doch so ziemlich weit gekommen. Ja gut. Da passiert sowas. Vielleicht sollen wir das dann nicht machen. Und zu dessen... So ein bisschen warten. Hm. Das kann sein, dass das so gemacht werden soll. Und dann kommt sie ja auch mit. Wieso schafft sie das nicht? Sie lebt noch. Ach, ich nicht mehr... Ah, kacke, Mann! Leute, das war ja richtig gut. Wie lange nehme ich schon für diese Sektion auf? Viel zu lange. Laaange. Es ist nur ein Raum. Yes! Jetzt haben wir's! You're falling behind. Oh. Moment. Dann machen wir's doch so. Mal runter. Warte, vielleicht so? Ah, nice. Das funktioniert. Und wir haben's! Ein Teleporter! Käpt'n, du hattest recht! Das ist ein Teleporter! Puh. Da hat es mir irgendwie Angst gemacht ein bisschen. Vorhin. Ich dachte, wir könnten hier wirklich nicht mehr raus. Echt? Egal! Zurück zum Schiff! Und jetzt fixiert's auch nicht. Doch, es ist fixiert. Nice! Okay! Damals fehlen nur noch zwei weitere. Warte, wo ist sie? Und diese neue TV auch hier. Ach, nun, Musik! Na, wenn das jetzt? Da ist sie! Warum hat der Teleporter uns in diese gruselige Dimension gebracht? Was ist passiert? Ich weiß es nicht, Doktor. Warum? Ach komm, es wird alles wieder gut. Hier fehlt irgendwie einer. Aber wie gesagt, Leute, ich werde euch, ähm, bevor wir den letzten retten, noch alle zeigen. Denk' ich mal. So, was sagt denn die Karte? Ich würd' sagen, wir gehen mal nach rechts. Nach unten rechts hab' ich jetzt Bock. Dann lernt sich die Musik, weil wir in der Dimension VVVVV nun gelandet sind. Ja, lass mal hier runter. Okay. Oh Gott, das erinnert mich irgendwie an Mario Bros. 2. Diese eine Stelle, wo man mit dem Powerblock nach unten springen muss. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Jetzt sind wir wieder hier oben. Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Und wann, waren wir hier schon? Nein, wir waren hier noch nicht. Okay, ihr seht sehr vertraut aus dieser Ort. Sicher, dass wir hier noch nicht waren? Vielleicht kommen wir hier zum roten Raum hin. Oh. Oh, hier ist ein Teleporter! Hey! Ich beschwere mich nicht. So, wir kommen wirklich zum roten Raum. Hey! Das war voll random jetzt. Aber komm, let's go! Oh! Teleporter Devote! The Tower! Oh Gott, was? Scrolling Level? Scrolling Level? Wie ist Scrolling Level Liebe? Eigentlich nicht. Okay, ich habe gesehen, man muss, glaube ich, warten. Man darf nicht zu schnell sein. Zack. 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 So. Oh Gott, man darf aber auch nicht zu langsam sein. Da oben. Seht ihr diese Stacheln? Man darf nicht zu schnell sein. Nein, da war ein Cricket! Ohne das Cricket gehe ich nicht weg. Das ist mir egal. Und das Cricket gehe ich nicht weg. Hm? Wie kommt man da denn dran? Nein! Es ist so langsam. Dann muss man echt sehr schnell sein. Okay, ich hab's! Ich hab das Cricket! 7 von 20! Alles klar. Oh, dafür habe ich aber den Checkpoint nicht. Moment, den hole ich mir noch. Den Checkpoint will ich noch haben. Dann mach ich doch einfach nur so, ne? Zack. Nice. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nice! Lol Und jetzt? Kommt noch ein Krinket? Wenn ja, dann muss man das mir sofort sagen, ne? Oh, da kommt einer Aber hab ich ihn verkackt? Nein! Nein, hab ich nicht! Moment! Jetzt hab ich ihn verkackt Ja, jetzt hab ich ihn verkackt Ach, Kacke, man! Och, nö! Ja, warte! Dann brech nochmal ab Warte, wo brech ihn ab? Oh Gott, ist das eine ganz große Linie, wo wir hier sind Haha Moment, Moment, ich will abbrechen Ja, quit to menu Oh, congratulations, you have unlocked some new time trails Okay, cool Ähm, continue So, jetzt haben wir ihn hier So, jetzt haben wir ihn hier Und ich glaube, ich muss das eine Krinket nochmal neu holen Das kann zumindest gut sein Dass das der Fall ist Na, Kacke, egal Brauch ich nicht Jetzt brauche ich's doch, fetten Ne, gut Ich mag die Musik sehr von dem Spiel Super toll Super toll Und, nein, ich brauche nicht mehr sammeln Das ist nicht mehr Gut Doch, was? Oh Gott Okay, dann muss ich nochmal neu sammeln Nice, machen wir's wieder Yes Epic Epic Gamer Moment Wurde ich mal sagen Gamer Rise up Gamers Nice Nice Geschafft Und jetzt? Das Krinket ist hier, ne? Da ist es Moment, so Nein, nein, Mann Was? Okay Wieder an Ort und Stelle Und ich bin nur überlegen, was man hier machen muss Vielleicht muss man hier runter Was soll ich kurz ausprobieren? Und das sieht so aus, als wäre das richtig Na, Kacke Ich will das Krinket Ich gehe hier nicht weg, solange ich das Krinket nicht habe Und da muss man warten Oder wie? Soll man hier überhaupt lang? Oder ist das nur so ein bisschen Äppeln Veräppeln Ach, da unten Ach, Kacke Das ist echt knapp mit dem Zeug bemessen Geht das überhaupt? Aber ich glaube, so muss man das Krinket Kann das sein? Ist mir egal, wie oft ich jetzt gerade sterben Das ist mir gerade ein bisschen egal, so Aber da war so ein kleines Stückchen Boden Ist rausgeragt Hier Aber ich glaube, so kommt man das Krinket Let's go Let's go, Gamers Rise up, Gamers Nein, ich wollte gerade Ich wollte gerade machen Ach, komm Wir müssen Minimeter warten Ich habe keine Zeit zum Warten, meine Güte Ich versuche gerade ein Krinket zu bekommen Und das Spiel denkt sich so Nö Krinket? Was ist das? Ich kenne nur den Tod Komm, sei doch ein leises Spiel Sei doch leise Das war tolle Musik, aber sei leise Ich habe keine guten Entscheidungen für mich Meine Güte Kacke, Mann Und das war zu spät, ja Jetzt Hab ich's? Ich hab's Yes, Mann Weiter geht's Was? Nach rechts? Ah, da ist ein Pfeil Im Hintergrund Aua Aha Okay, Moment Aber ich versteh's Gott Blöde Nein Nein Psst Psst Ach was? Ich hätte's geschafft Och, Mensch. Shit, ich bin ausgerutscht. Man rutscht hier wirklich immer aus. Das ist echt nicht geil. Kann ich sagen. Okay, ich hab den Checkpoint. Nein. Okay, da oben sind wir noch ein weiterer Checkpoint. Aber das ist nicht schwer, das ist nicht schwer. Zack, gut. Und jetzt? Und jetzt? Was jetzt? Was kommt jetzt? I am confused. So ein bisschen, so ein bisschen viel. So ein bisschen, so ein bisschen viel. Aber die Musik, die heitet mich auf. Und das hört sich grad voll gerne. Okay, Moment, ich hab's verstanden. So, zack, 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 zack. Nein, ausgerutscht. Na, schon wieder ausgerutscht. Ich hasse es. Man rutscht die ganze Zeit aus. Ihr müsst das selber mal spielen, Leute. Man rutscht ständig aus. An allem möglichen. Das wäre da so immer so ein Banana Peel. Ach komm, ich hab doch gedrückt. Ich bin, by the way, ohne Controller. Weil ich mir dachte, für so ein Spiel brauche ich keinen Controller. Jetzt habe ich's. Was? Was? Wie bitte? Ich bin wieder hier. Warte, ich hab's so machen, oder? Das funktioniert. Und bin da drauf, glaub ich. Jetzt. Dann zack. Ah, okay. Wir kommen weiter, Leute. Wir kommen näher. Wir bleiben drin. Haben wir's geschafft? Seeing Red. Yes, wir haben's. Captain. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der hier geflohen ist. Vermillion. Ich wusste, dir wird's gut gehen. Also, was ist das für eine Situation, in der wir gerade stecken? Blablabla, blablabla. Ah, ich verstehe. Nun, dann sollten wir lieber zurückgehen. Es ist ein Teleporter hinten. Ah, cool. Warum bist du da nicht vorher reingegangen? Building a port. Level complete. Wir haben einen neuen Crewmember. Einer fehlt noch. Aber in der nächsten Folge suchen wir, glaub ich, erstmal nach ein paar Kekuts, würd ich sagen. Oh. Oh nein, not again. Vermillion, wo bist du? Wee. Pass auf, ich rette dich. Wee. 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 Sports. Oh man.